Seid ihr bereit, die Geheimnisse zu lüften, die seit Jahrhunderten im kleinsten Land der Welt verborgen liegen? Der Vatikan, ein Ort voller Macht und Intrigen, öffnet nur einem ausgewählten Kreis seine geheimen Archive. Doch was verbirgt sich wirklich in den labyrinthartigen Gängen und unterirdischen Bunkern? Manche glauben, der Vatikan habe Kontakt zu außerirdischen Zivilisationen gehabt und besitze uralte Schriften, die den Schlüssel zu einer verborgenen Geschichte, geheimen Mächten, Gesellschaften und sogar apokalyptischen Prophezeiungen enthalten. Doch was ist die Wahrheit? Begleitet uns auf eine faszinierende und mysteriöse Reise in die Welt des Vatikans und entdeckt, welche Geheimnisse hinter seinen Mauern verborgen sind. Dies ist eine Reise, die ihr nicht verpassen wollt. Willkommen zur neuen Folge von Secret Origins Der Vatikan ist das kleinste Land der Welt, aber auch eines der geheimnisvollsten. Mit nur etwa 1000 Einwohnern und ohne ein einziges Krankenhaus ist der Vatikan ein Ort der Gegensätze. Die Vatikanischen Museen, die Sixtinische Kapelle, die Stanzen des Raphael, der Petersdom, diese Wunderwerke der Architektur erzählen die Geschichte eines der geschichtsträchtigsten Orte der Menschheit. Doch das Interessanteste liegt nicht an der Oberfläche, sondern tief darunter verborgen. In den Tiefen des Vatikans, an einem Ort, der für gewöhnliche Menschen unzugänglich ist, befinden sich die geheimen Archive. Diese Archive sind ein wahres Labyrinth aus Gängen und Stockwerken, gefüllt mit Büchern, Schriftrollen und unzähligen Dokumenten. Schätzungen zufolge würden die Inhalte, wenn sie in einer geraden Linie angeordnet würden, eine Strecke von über 80 Kilometern ergeben. Alte Texte, verlorene Dokumente, über 200.000 Manuskripte und eine Vielzahl anderer Dinge werden dort streng gehütet. Natürlich gibt es, wie bei jedem anderen Geheimnis auch, zahlreiche Theorien über diese geheimen Archive. Einige glauben, dass der Vatikan mit intelligenten Wesen von anderen Planeten in Kontakt steht und dass in den alten Archiven eine etwas andere Geschichte verborgen liegt, eine Geschichte von geheimen Mächten, Gesellschaften und apokalyptischen Prophezeiungen. Bereits im ersten Jahrhundert begann die katholische Kirche damit, ihre Aufzeichnungen zu sammeln. Diese wurden den ersten Päpsten anvertraut, die sich der Verpflichtung und Verantwortung bewusst waren, diese überall hin mitzunehmen. Mit der Ausbreitung der Religion und der raschen Zunahme an Archiven war die Kirche gezwungen, einen Ort zu finden, an dem sie diese sicher aufbewahren konnte und entschied, dass dies das Zuhause des Papstes sein sollte. So sollte jeder neue Papst das Werk seiner Vorgänger fortsetzen können. Im Jahr 1404 wurde der Vatikan angegriffen und Papst Innozenz VII war gezwungen, Rom zu verlassen, während mehr als 1000 Jahre archivierter Geschichte auf die Straßen geworfen wurden, als wären sie gewöhnlicher Müll. Diese und andere Vorfälle, bei denen wichtige Dokumente verloren gingen, führten dazu, dass der Vatikan beschloss, alles an einem sicheren und gut bewachten Ort aufzubewahren. Das Archiv begann offiziell 1612 unter Papst Paul V zu existieren. Die ältesten Dokumente, die er sammelte, stammen angeblich aus dem 8. Jahrhundert, zumindest ist das die offizielle Darstellung. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass auch viel ältere Texte existieren. Im Jahr 1612 befahl Papst Paul V, dass alle Archive der Kirche an einem Ort direkt unter dem Vatikan aufbewahrt werden sollten und seitdem ist dieser Ort offiziell als Archivum Secretum Apostolicum bekannt. Seitdem hat sich der Standort nicht verändert. Das Archiv gleicht eher einer Festung, einem unterirdischen Bunker, als einer Bibliothek. Es gibt nur einen Eingang, obwohl auch das immer wieder in Frage gestellt wird. Der Vatikan bleibt ein Ort voller Geheimnisse, dessen wahre Geschichte vielleicht nie vollständig enthüllt wird. Aber eines ist sicher. Die Antworten, die in diesen tiefen, geheimen Archiven schlummern, könnten die Welt, wie wir sie kennen, für immer verändern. Wir alle kennen die immense Macht, die der Vatikan und das Römische Reich über die Jahrhunderte hinweg ausgeübt haben und wie sie den Lauf der Geschichte maßgeblich beeinflussten. Gerade deshalb bergen die geheimen Archive des Vatikans nicht nur die Geschichte der Kirche, sondern die der gesamten Menschheit. Es ist daher kaum verwunderlich, dass zahlreiche Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit diesen Archiven entstanden sind. Beginnen wir zunächst mit dem, was tatsächlich in den Archiven des Vatikans aufbewahrt wird. Diese sind gefüllt mit historisch wertvollen Dokumenten. So finden sich hier viele Briefe, die von verschiedenen Personen an den jeweiligen römischen Papst geschrieben wurden. Auch die offiziellen Erlasse der Päpste sind in diesen Archiven verwahrt. Zum Beispiel das Dokument, mit dem der deutsche Ketzer Martin Luther aus der Kirche exkommuniziert wurde. Ein weiteres bemerkenswertes Schriftstück ist jenes von Papst Alexander Sezexton, der im Jahr 1493 die Welt in Einflusszonen zwischen Spanien und Portugal aufteilte. Es zeigt, dass der Drang, die Welt zu beherrschen und aufzuteilen, keineswegs eine moderne Erscheinung ist. Die Spannungen zwischen der Sowjetunion und den USA sind also nicht die ersten ihrer Art. Im Jahr 2001 wurden die lange verschollenen Archive der Tempelritter wiederentdeckt. Darunter befindet sich eine fast 60 Meter lange Schriftrolle, die Details über den Prozess von 1307 gegen die Tempelritter enthält, zu einer Zeit, als der Templerorden auf dem Höhepunkt seiner Macht stand und in ganz Europa verbreitet war. Die Templer wurden damals wegen zahlreicher Vergehen angeklagt, verurteilt und schließlich verbrannt. Doch die in den Vatikanischen Archiven gefundenen Dokumente veränderten die Geschichtsschreibung über die Templer und den damaligen Papst grundlegend. Ein weiteres faszinierendes Manuskript enthält Informationen über den Prozess gegen Galileo Galilei aus dem Jahr 1633. Galilei wurde angeklagt, weil er behauptete, die Erde drehe sich um die Sonne und nicht umgekehrt, wie damals allgemein geglaubt wurde. Ein anderes bemerkenswertes Dokument ist die Lehre von der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria, die 18450 verfasst wurde. Ebenfalls in den Archiven befindet sich ein Brief Michelangelos an Papst Julius II., in dem der Künstler um die Bezahlung seiner Arbeit an der Sixtinischen Kapelle bittet, sowie Briefe von König Heinrich Siesbann, Abraham Lincoln und Jefferson Davis. Besonders brisant sind die Dokumente, die die wahre Geschichte Jesu Christi enthalten sollen. Es ist bekannt, dass biblische Texte über die Jahre hinweg manipuliert wurden und die irdische Geschichte Jesu nicht korrekt wiedergeben. Die Wahrheit ist jedoch eine ganz andere und der Vatikan kennt sie im Detail. Zahlreiche Forscher und Historiker sind der Meinung, dass in Rom Dokumente über das wahre Leben Jesu aufbewahrt werden, doch die Kirche schweigt darüber und wird sie niemals preisgeben, da sie die festgefahrenen Überzeugungen der Menschen erschüttern würden. Tatsächlich verschweigt der Vatikan fast das gesamte Leben Jesu bis zu seinem 30. Lebensjahr. Einige Forscher, darunter auch der Autor Dan Brown, spekulieren, dass Jesus verheiratet war und Kinder hatte. Es soll Dokumente geben, die dies belegen, doch es wäre nicht opportun, sie zu veröffentlichen. Diese würden die Kirche bloßstellen, tausende ihrer Diener infrage stellen und letztlich die Notwendigkeit eines Papstes anzweifeln lassen. Skeptiker hingegen sind fest davon überzeugt, dass es in den vatikanischen Archiven nichts gibt, was über das hinausgeht, was der Vatikan offiziell darstellt. Einige argumentieren sogar, dass der Name der Archive falsch übersetzt wird. Das lateinische Wort secreto bedeutet privat und sie glauben, dass die Archive, wie jede andere Organisation, lediglich persönliche Briefe der Päpste und Dokumente im Zusammenhang mit der Kirche aufbewahren. Der Vatikan ist so bedacht auf diese Angelegenheit, dass er im Jahr 2019 den Namen der Archive offiziell von geheim in Privat geändert hat. Die Archive des Vatikans, heute als vatikanische apostolische Archive bekannt, sind ein Ort, um den sich seit Jahrhunderten Mythen und Geheimnisse ranken. Trotz der Umbenennung bleibt eines jedoch unverändert. Der Zugang zu diesen Archiven ist äußerst streng reglementiert und für die meisten Menschen bleibt der Inhalt ein Rätsel. Wer darf also diese mysteriösen Archive betreten und wie läuft der Zugang ab? Für viele Jahrhunderte war es fast unmöglich, in die heiligen Hallen der Archive vorzudringen. Nur der Papst selbst hatte das Privileg, ihre Geheimnisse zu lüften. Erst im Jahr 1881 öffnete Papst Leo Traer Zetze die Tore einen Spalt weit und gewährte ausgewählten Wissenschaftlern unter strengen Auflagen einen ersten Blick auf diesen Schatz an Informationen. Doch selbst für diese Gelehrten ist der Weg steinig. Nur anerkannte Forscher, die von den heiligen Autoritäten des Vatikans persönlich genehmigt wurden, dürfen die Archive betreten. Und selbst das kann Jahre dauern. Doch die Hürden hören hier nicht auf. Forscher müssen genau angeben, wonach sie in dieser gewaltigen Sammlung suchen, denn willkürliches Stöbern ist streng untersagt. Stellen wir uns vor, ein Wissenschaftler hat das Glück, eine Genehmigung zu erhalten. Nach strengen Sicherheitskontrollen betritt er endlich die heiligen Hallen. Aber hier beginnt der eigentliche Test. Er darf maximal drei Akten pro Tag einsehen, die nicht nach einem erkennbaren System organisiert sind. Dieses Vorgehen kann es für Forscher unmöglich machen, wichtige Dokumente zu finden und selbst wenn sie etwas Bedeutendes entdecken, obliegt es der Kirche zu entscheiden, ob die Informationen veröffentlicht werden dürfen. Im Jahr 2020, nach lang anhaltendem Druck von Menschenrechtsgruppen, stimmte der Vatikan schließlich zu, Dokumente im Zusammenhang mit Papst Pius und dem Zweiten Weltkrieg freizugeben. Doch was gezeigt wurde, entsprach bei weitem nicht den Erwartungen. Es scheint, dass der Vatikan seine Geheimnisse mit größter Sorgfalt bewahrt, unabhängig davon, wer danach sucht oder welche historische Periode es betrifft. Dies wirft die Frage auf, was bleibt noch verborgen? Einige Theorien besagen, dass die Archive Informationen über die wahre Existenz zahlreicher mythischer, religiöser Artefakte enthalten, wie den Heiligen Gral, die Bundeslade, das Kreuz Christi oder die Dornenkrone. Andere glauben, dass dort ein originales Schreiben zwischen dem Heiligen Paulus und dem römischen Kaiser Nero aufbewahrt wird, das den Beweis für die Existenz Jesu Christi enthält. Aber wenn es ein solches Dokument gibt, warum wird es dann geheim gehalten? Oder gibt es vielleicht sogar Dokumente, die belegen, dass Christus nie existiert hat? Im Jahr 1750 entdeckten Archäologen in Salomos Grab in Jerusalem ein mysteriöses Buch. Es war in Hebräisch oder Aramäisch verfasst und erwies sich als Kopie einer älteren Version, wahrscheinlich aus dem 13. Jahrhundert oder noch früher. Doch nicht das Alter des Buches war das Faszinierende, sondern dessen Inhalt. Es enthält detaillierte Anweisungen, wie man magische Talismane herstellt, Dämonen beschwört und sogar den Teufel selbst heraufbeschwört. Dieses Buch wurde später als das große Grimoire bekannt und laut dem Vatikan befindet es sich in seinem Besitz. Die wahren Geheimnisse der Vatikanischen Archive bleiben somit ein Mysterium, das die Neugier von Generationen weckt. Wer weiß, welche anderen unerzählten Geschichten und verborgenen Wahrheiten noch in den dunklen Tiefen dieser Archive schlummern. In den tiefen Archiven des Vatikans, so wird erzählt, liegt eine unheilvolle Prophezeiung verborgen, die das Ende der Welt voraussagt. Dies ist nicht nur eine bloße Theorie, sondern eine Realität, die die Kirche selbst dazu zwang, öffentlich darüber zu sprechen. Doch viele zweifeln daran, ob die Offenbarung der Kirche ausreichend war. Dies ist die Geschichte der Geheimnisse von Fatima. Im Jahr 1970 empfingen drei portugiesische Kinder düstere und mysteriöse Prophezeiungen sowie mehrere Visionen der Jungfrau Maria. Eine dieser Visionen, die sich vor den Augen tausender Menschen ereignete, hinterließ einen tiefen Eindruck. Laut der Erklärung des Vatikans sah das dritte Kind eine Stadt, die vollständig zerstört war, mit vielen Leichen auf den Straßen. Der Papst bestieg den höchsten Hügel in der Umgebung, um zu beten, bevor er selbst getötet wurde. Doch die Enthüllung dieses Geheimnisses konnte die weltweite Besorgnis nicht lindern. Viele glaubten weiterhin, dass dies nicht die ganze Wahrheit war und dass die Kinder tatsächlich die Ankunft des Antichristen gesehen hatten. Der Schriftsteller Charles Boulder Lehr sagte einst, der größte Trick, den der Teufel je vollführte, war, die Welt davon zu überzeugen, dass er nicht existiert. Doch ein weiteres erschreckendes Geheimnis, das in den Archiven des Vatikans verborgen liegt, ist, dass der Satan tatsächlich lebt und sich auf der Erde aufhält. Mehr noch, er soll durch die Korridore des Vatikans selbst wandeln. Papst Johannes Paul II. führte während seines Pontifikats persönlich drei Exorzismen durch und Papst Benedikt XVI. erweiterte die Reihen der Exorzisten, die von Katholiken auf der ganzen Welt unterstützt werden. Der berühmte Exorzist Pater Gabriel Amort behauptete sogar, jährlich über 300 Dämonen allein aus seinem Büro im Vatikan vertrieben zu haben. Er unterrichtete Bischöfe darin, zwischen dämonischen Besessenheiten und psychischen Erkrankungen zu unterscheiden. Eine der auffälligsten Eigenschaften der Besessenen sei ein intensiver Hass auf heilige Gegenstände, genau wie in den Filmen dargestellt. Es gibt auch eine Legende, die besagt, dass der Vatikan Dokumente über die Existenz einer weiblichen Päpstin bewahrt. Als Papst Leo IV starb, soll eine Frau unter dem Namen Johannes Angelikus zum Papst gewählt worden sein, unter der Bedingung, dass sie sich als Mann verkleidet. Sie regierte fast zwei Jahre lang, bis sie bei der Geburt eines Kindes enttarnt und ihre Karriere abrupt beendet wurde. Rund um den Altar des Petersdoms in Rom gibt es Gemälde, die eine Frau mit einer päpstlichen Krone zeigen. Auch der Künstler Jean-Laurence Bernardini schuf eine Skulptur mit einem Frauenkopf auf der Brust eines hohen Geistlichen. All dies lässt die Legende in den Bereich der Verschwörung und möglicherweise sogar der Wahrheit rücken. Im Jahr 1972 sorgte ein Artikel in einer italienischen Zeitung für Aufsehen. Angeblich wurde endlich eine Maschine erfunden, die die Vergangenheit fotografieren kann. Pater Pellegrino Ernetti, ein Benediktinermönch, behauptete, dass er mit dem sogenannten Kronovisor die letzten Tage Jesu Christi gesehen und sogar ein Bild davon gemacht habe, das im Fernsehen gezeigt wurde. Dieses Gerät ähnelte einem Fernseher, jedoch konnte man damit in die Vergangenheit zappen und Ereignisse aus vergangenen Jahrhunderten miterleben. Ob dies nun wahr ist oder nicht, können wir nicht mit Sicherheit sagen, aber die Geschichte wird immer interessanter. 1988, während der Restaurierung der Vatikanischen Bibliothek, wurden seltsame, außerirdisch wirkende Schädel gefunden. Tausende Quellen weltweit deuten darauf hin, dass die Vatikanischen Archive Beweise für außerirdische Zivilisationen verbergen. Wir alle wissen, wie die Kirche über den Gedanken an Kontakt mit anderen Wesen denkt. Doch 1998 erinnerte Kardinal Corrado Balducci daran, dass Christus im Neuen Testament nicht nur als König der Welt, sondern als König des Universums bezeichnet wird. Die Geheimnisse, die in den Schatten des Vatikans verborgen liegen, faszinieren und erschrecken zugleich. Was mag sich noch hinter den verschlossenen Türen und dicken Mauern dieser uralten Institution verbergen? Wir können nur spekulieren, doch die Geschichten, die uns bisher erreicht haben, lassen uns erahnen, dass die Wahrheit noch weit unheimlicher ist, als wir uns vorstellen können. Während er fortfährt, bedeutet dies, dass alle Wesen im Universum, einschließlich außerirdischer Lebensformen, in einer Beziehung zu Gott stehen. Doch was wissen Balducci und der Vatikan über das Universum, was wir nicht wissen? Im Jahr 2009 veranstaltete der Vatikan seine erste internationale Konferenz über Astrobiologie, bei der Wissenschaftler aus aller Welt zusammenkamen, um über außerirdisches Leben zu diskutieren. Gordon Cooper, der legendäre US-Astronaut und einer der ersten sieben Menschen im Weltraum, sagte einmal, wenn sie etwas über Aliens und kleine grüne Männchen wissen wollen, wenden sie sich an den Vatikan. Er wies darauf hin, dass der Vatikan ein Observatorium in Arizona betreibt und tatsächlich hat sogar der letzte Papst gesagt, dass er bereit sei, Aliens zu akzeptieren. Wer sind wir also, um die Tür vor ihnen zu verschließen? Eine besonders faszinierende Tatsache ist, dass der Vatikan einen sehr leistungsstarken Teleskop verwendet, um den Kosmos zu erkunden und dieses Teleskop trägt den Namen Lucifer. Ja, genau, der Vatikan sucht nach Außerirdischen mit einem Teleskop namens Lucifer. Doch was wissen sie letztlich über diese Wesen, was uns verborgen bleibt? Es ist wahrscheinlich, dass viele Geheimnisse, ob über den Teufel, über unsere Vergangenheit oder über was auch immer, tief in den streng bewachten geheimen Archiven des Vatikans verborgen sind. Ob wir jemals die Wahrheit erfahren werden, bleibt ungewiss. Vielen Dank, dass Sie eine weitere Episode von Secret Origins angeschaut haben. Wir verneigen uns vor Ihnen und danken Ihnen. Halten Sie Ihren Geist offen und bis wir uns wiedersehen.